Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dying Light. Diese Folge geht jetzt schon 10 Sekunden lang. Danke fürs Zuschauen. Bis zum... Nein. Crane, bist du da? Nein. Spike, was gibt's? Wenn du mich brauchst, ich bin an der Fährstation und helfe Morgan, den Kahnflot zu machen. Komische Sache. Ihr sagt, er sei von einem jungen Typen, der ganz nach dir klang, abgezogen worden. Hast du eine Idee, wovon er redet? Hey, was muss los? Wir sehen uns später, Spike. Das kennen wir ja schon. Äh, und, 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 zoom, 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 scroll. Äh, sprechen Sie mit Said. Und hier oben? Gehren Sie zu den Plattenposten. Da ist auch ein GRE-Paket, was nicht irgendwie geplündert wird. oder geklaut wird. Okay, dann möchte ich jetzt mal zuallererst hin. Ja, cool. Man kann ja echt drauf. Na los. Geschacht. Schade, okay. Naja. Uuuh. Voll ausgeholt. Die... Ah, das ist hier das GRE-Paket. Das ist aber eins, was es gar nicht gibt. Oder was weiß ich. Also, ähm... Ja, ähm... Ja, ähm... Hier ist halt ein GRE-Paket. Das GRE-Paket wird bestimmt in dieser wärmlichen Kiste sein. Die werden wir... Das GRE-Paket werden wir noch machen, aber nicht jetzt, weil jetzt... Nee. Nachen wir so. Der Schatten sieht auch ganz schön dumm aus, um ehrlich zu sein. Naja. Okay, das war nicht heim. Das wollen wir schon mal ganz oben. Gehen zu dem Plattenbaum. Oh Gott! Hm-Hm! Huh? Na. Wieder nicht verteilte Fertigkeitspunkte. Oh! Brudaler Wurf. Mit der Wurftechnik geworfene... Mit der Wurftechnik geworfene... Okay. Ähm... Die feine Linger am Boden können so schneller erledigt werden. Okay. Je fitter sie werden, desto mehr Gesundheit können sie regenerieren. Springen sie über... Geht nein, weg. Das geht jetzt doch nicht schon wieder so los. Ha. Ja. Ist jetzt zwar eigentlich gar nicht so wichtig, aber naja. Die Klaftstufe. Trampeln. Erlegen sie am Boden liegende Feinde mit einem Tritt auf den Kopf mit der Taste E. Ja. Ja. Aber volle Kanone. Das ist total viel. mittel klick oh verdammt mein inventar ist voll hmmm, ist natürlich jetzt nicht so schön Hätte ich vorher gucken sollen, dass mein Inventar sagt, das hier wird bestimmt auch Irgendwie eine Waffe drin, oh doch nicht Ah, natürlich Was geht's los? Ah, hier kann man rübergleiten Ah Nein, man kann sogar da ganz rüber, ist ja cool Oh Oh Kommen die Viecher auch runter? Und es leckt und es leckt und es leckt Das Vieh lebt noch Respekt Kommen die da in Schulrucksack-Granzen Hier Ha Alles Oh Cool, hier steht das mit dem Help Ah ne, wir hatten hier ein schwarzes Help bei dem Intro Schade Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das jetzt so schnell aufkriegen Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das jetzt so schnell aufkriegen Oh Oh, wie geil Oh nein, es fliegt ein Flugzeug Oh, nein, es fliegt ein Flugzeug Oh, äh Schnell, 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 schnell Da, in die Richtung Da Das ist ja nicht so weit weg Problem ist, hier wieder hochzukommen, das dauert immer so lange Dein ist Müll Oh, oje Muss sein, ich brauche die Ich möchte auch ein bisschen, das gibt's doch gar nicht Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Oh yeah, jetzt geht's los Ich habe alles bekommen, was ich wollte Mehr wollte ich gar nicht Nicht mal Sch Nicht mal Schüsse habe ich gebraucht Okay, jetzt immer so ein bisschen weglaufen Wäre natürlich auch echt cool Wird auch bestimmt fetzen Ja, klettern, klettern auch Hm Oh, ein Niedrig Oh, ein Niedrig Was müssen wir denn jetzt hier eigentlich machen, genau? Hm, eine kleine Gruppe Überlebender hat sich in der Schule... Ein Quartier, okay Okay Also ist das hier schon richtig, das Gebäude? Ja, Inventory ist... Uh Get down Wie ist das, wenn man die von hier oben runterschmeißt? Die explodiert doch dann immer, doch? Schade Das wäre am wenigsten realistisch, wenn man die irgendwie runterschmeißt aus dem... Explodern Ich habe das Gefühl, dass wir hier auch falsch sind Äh Äh, wo ist denn hier die Schule dann? Noch mal kurz lesen Erol Ah, verdammt, das ist ja gar nicht eine neue Folge Das ist ja eine anschließende Folge, habe ich ganz vergessen Fällt mir jetzt ganz schön früh ein Ähm, geht das noch 10 Minuten, glaube ich jetzt Ich weiß es gar nicht mehr, wie lange noch die andere Vorfolge ging Tut mir leid, ist mir aber immer noch mal eingefallen Ähm, ja Das heißt, ich habe jetzt zweimal Hallo und Herzlich willkommen gesagt Und... Ja, naja Das ist ja nicht so schlimm Achso Oh nein, da unten ist auch noch so ein Fett Ohohohoh Knallhart Ohohohoh Krass, komme ich da rüber? Will ich das wissen? Ich will das wissen NEIN Ich hab kein Leben verloren Ich habe kein Leben verloren Ähm. Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Kann ich die auch schuldschirpen? Ey, ernsthaft sogar? Ziemlich fix Der ist auch tot Nein, 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 nein Klick, 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 klick Gut Ooooooh Nein Nein oh Das gibt's doch gar nicht. Shit. Oh, yeah. Zone freigeschaltet. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Musste ich aber auch nicht machen. Das gehört jetzt nicht dazu. Schade. Das Lager. Halt. Das brauchen wir ja. Nein. Nein, 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 nein. Halt. Ich weiß gar nicht, welch ich jetzt bei mir habe. Weg. Ist mir, ich habe da nie daran gedacht, dass ich jetzt die ganze Scheiße auch hier reinpacken kann, die ich gar nicht brauche. So, den Rest brauche ich sogar alles. Naja, gut, Sturmgewehr bräuchte ich nicht. Äh, nehm ich trotzdem mit? Ja, nehm mal trotzdem mit. Das war's. Ja, nee, hier brauchen wir ja nicht drauf. Hier waren wir ja schon drauf. Ja, nee, hier waren wir ja nicht so komisch. Hey, suchst du nach Verschlägerei, Flachpfeife? Bleib locker, ja, und nimm die Waffe runter. Das hat wehgetan. Mann! Alter! Die kippen auch nicht um, ne? Das stört den echt gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Der joggt da immer noch weiter vor mir her? Äh. Das ist doch nicht sehr schwer. Das ist doch nur schwer. Naja. Natürlich, das wär einer. Hm. Wo sindste denn alle, Mann? Wo sindste denn hier drauf? Oder hier? Nee, hier war ich ja auch schon. Hier kommt man nicht mal rein. Das ist natürlich jetzt ne echt gute Frage. Soll das wirklich das Gebäude sein? Hm. Da unten ist noch eine Hochgeedings. Scheiße. Das ist viel zu weit, glaub ich. Naja. Mal gucken. Ich versuch jetzt mal ganz kurz diesen Holzdingern hier zu folgen. Das war's ja auch schon rein theoretisch wieder. Äh. Äh. Was war das? Achso. Hier ist ein Loch. Ja. Genau da. Ah. Hä? Hä? Hier komm ich auch nicht rein. Also da unten. Hat ich ein bisschen spät gesagt. Ich weiß. Äh. Was? Woll ich mich verarschen? Kann ich mich verarschen? Kann ich mich verarschen? Kann ich mich verarschen? Ach. Mensch. Los jetzt. Ich weiß es nicht. Äh. 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 Ist jetzt egal. Ich will jetzt hier endlich mal diese dumme Mission zu Ende bekommen. Ich bin hier grad echt total überfragt. Ja. Wie ich denn jetzt vielleicht mal weiterkomme. Ach Mensch Leutchen. Ey shit. Ja gut. Ich werde. Ich werde das hier in der nächsten Folge euch zeigen wie es weitergeht. Es wird in der nächsten Folge definitiv auch ins Haus gehen dann. Und dann erstmal schon mal vielen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe ihr seid wieder mit dabei. Und ja. Gebt mal einen Daumen nach oben. Schreibt es in die Kommentare wie euch das Video gefallen hat. Und lasst ein Abo da. Und einen Daumen. Ha. Ciao. ***